Und ich meine, es gibt ganz viele Themen, die will ich jetzt alle gar nicht mehr streifen, über die man eigentlich alle sich empören müsste. Es gibt ja so viel, wo man sich empören muss und so viel, was man ändern muss. Und gerade deswegen brauchen wir eine starke Linke. Und wenn ich dann immer diese Debatten höre, ja die Linke, die sei doch regierungsunfähig, regierungsunfähig, das wird ja immer so gerne gesagt, wenn man will, dass man ein Alibi hat, um nicht mit der Linken zu koalieren, um am Ende eben mit konservativen Parteien seine Wahlversprechen zu sprechen. Wir seien ja regierungsunfähig. Dann muss ich mal sagen, was ist denn eigentlich regierungsunfähig? Also regierungsunfähig sind für mich Parteien, die in der Regierung unfähig sind. Also die eine unfähige Regierung bilden. Ja, da muss ich leider feststellen, verdammt nochmal, wir haben in diesem Land so viele regierungsunfähige Parteien, weil wir unfähige Regierungen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass die abgewählt werden. Wir brauchen endlich fähige Parteien an der Regierung. Und die Linke ist fähig, weil wir kämpfen wirklich für die Menschen und nicht für irgendwelche Waffen- und Rüstungslobbyisten und nicht für irgendwelche Wirtschaftslobbyisten. Wir kämpfen dafür, dass es in diesem Land endlich mal wieder gerecht zugeht, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur eine Wahlkampffloskel ist, sondern dass sie endlich reale Politik wird. Und deswegen wären wir in der Lage, eine fähige Regierung zu bilden. Und das wäre gut, wenn die Linke das könnte und wenn die Linke die Chance dazu bekäme, weil dann diese ganzen Regierungsunfähigen endlich mal eine richtig auf die Mütze bekämen bei den Wahlen. Und ich finde, das sollten wir dieses Jahr machen, im Saarland anfangen und bei der Bundestagswahl dann auch. Ich danke euch. Wir seien ja regierungsunfähig. Na, dann muss ich mal sagen, was ist denn eigentlich regierungsunfähig? Also regierungsunfähig sind für mich Parteien, die in der Regierung unfähig sind. Also die eine unfähige Regierung bilden. Ja, da muss ich leider feststellen, verdammt nochmal, wir haben in diesem Land so viele regierungsunfähige Parteien, weil wir unfähige Regierungen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass sie abgewählt werden. Wir brauchen endlich fähige Parteien an der Regierung. Und die Linke ist fähig, weil wir kämpfen wirklich für die Menschen und nicht für irgendwelche Waffen- und Rüstungslobbyisten und nicht für irgendwelche Wirtschaftslobbyisten. Und ich meine, es gibt ganz viele Themen, die will ich jetzt alle gar nicht mehr streifen, über die man eigentlich alle sich empören müsste. Es gibt ja so viele, wo man sich empören muss. Und wir kämpfen dafür, dass es in diesem Land endlich mal wieder gerecht zugeht, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur eine Wahlkampffloskel ist, sondern dass sie endlich reale Politik wird. Und deswegen wären wir in der Lage, eine fähige Regierung zu bilden. Und das wäre gut, wenn die Linke das könnte und wenn die Linke die Chance dazu bekäme, weil dann diese Gange ist so viel, was man ändern muss. Und gerade deswegen brauchen wir eine starke Linke. Und wenn ich dann immer diese Debatten höre, ja die Linke, die sei doch regierungsunfähig. Das wird ja immer so gerne gesagt, wenn man will, dass man ein Alibi hat, um nicht mit der Linken zu koalieren, um am Ende eben mit konservativen Parteien seine Wahlversprechen zu machen.